Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft und wie ihr seht, baut die Welt gerade noch auf. Sie regeneriert sich gerade noch. So, wir haben hier gerade wieder neu gestartet und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir draußen noch so ein bisschen weitermachen. Wir haben ja beim letzten Mal hier unsere Klamotten so weit verzaubert. Da musste ich aber leider die Aufnahme beenden, weil es dann an der Tür geklingelt hat und gleichzeitig noch das Telefon. Sehr schön. Ja gut, aber wir haben nur noch, also ich habe es nur noch fertig verzaubert und dann auch die Aufnahme dort beendet. Also ihr habt nichts verpasst, um Gottes Willen. So, wir bauen jetzt erstmal hier weiter Steine ab, weil das macht ja einen Riesenspaß. Ja, und ja, ich wollte natürlich hier alles umkrempeln, komplett einmal, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Und dann können wir hier noch schöne Anbauten machen, etc. pp. Und hast du nicht gesehen? So, jetzt müssen wir erstmal hier alles wegzimmern. Und die Steine, ja gut, die Erde können wir gebrauchen. Weil wir müssen ja das ein oder andere Loch noch stopfen hier. So, pp, weg, alles weg, zack. Und du auch weg, zack, zack, zack. Und zack. So, jetzt machen wir das hier noch eben schnell weg. Das geht ja, ratzifatze, futze. So, die Schüppe ist auch zum Glück verzaubert. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn wir uns noch einen Amboss bauen, damit wir, komm mal her, unsere Sachen wieder reparieren können. Sonst müssen wir uns jedes Mal wieder neue craften. Das wäre jetzt nicht ganz so gut. Okay, aber es sieht schon gar nicht so schlecht aus, dass wir hier weggezimmert haben, alles. Das ist schon eine Menge. Wow. Alter Schwede. Aber wir haben auch noch eine Menge vor uns. Also da sind wir bestimmt noch ein paar Folgen dran, bis wir hier mal endlich Land in Sicht haben. Okay, aber es geht ja relativ schnell hier mit der Mega-Spitzhacke. Okay, jetzt gucken wir mal, was machen wir hier? Ah, hier haben wir auch. Oh, da brauchen wir gleich noch Erde zum Auffüllen. Das ist schon mal gut. Dann wollen wir da nichts wegmachen, nur noch hinmachen. So, sag mal hier, Kies. Schwupp, mit dem Ohr rüber. Klatsch, nein. So, was haben wir denn hier? Weiter, 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 warte, warte. Weg, zack, weg. So, ich auch weg. Okay. Wow, das ist doch noch ganz schön viel. Okay, wir machen die jetzt erstmal weg. Weiter, weiter, so, tschak, tschak, tschak. Puppi, 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 pupp. Dass wir da mal ein bisschen wegkriegen hier, so, weg, so. Pupp, 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 pupp. Also unsere Spitzhack hat schon ganz schön gelitten. Also wir sollten da wirklich mal gucken, dass wir was machen. Aber jetzt machen wir erstmal hier noch ein bisschen weg. Dann können wir das nämlich gleich auffüllen, bevor es wieder dunkel wird. Das war so viel wie möglich hier schaffen. Da, 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 da. Okay, da haben wir noch, oh, wir haben Kohle freigelegt. Auch nicht schlecht. Könnte man auch noch mitnehmen. Weil da haben wir nicht ganz so viel von, aber... Okay, Erde. Erde. Erde kann man gut gebrauchen. Tschub, 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 tschub. So, gucken wir mal. Hier gucken wir mal, ob keiner guckt. So, okay. Hier müssen wir dann... Okay, dann bauen wir jetzt hier erstmal durch. So einen kleinen Abschnitt und zu machen. Und dann, äh, kommt, gibt Gummi, gibt Gumi, ja, so, so, blub, blub, blub. So, wie weit können wir? Äh, oh, scheiße, der war zu weit. Egal, 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 so, pup und schwuppdiwupp. Und jetzt machen wir hier, ne, machen wir, warte mal, machen wir hier oder gehen wir darüber erstmal. Keine Ahnung, was ich muss mal eben. Ah, so, dann, ooooh, so, fertig. So, jetzt können wir, glaub ich, hier weitermachen, oder? Ja, machen wir auch. Ziehen wir hier eine Linie durch, wenn er nicht dauernd springt, ja, gut. So. Dann kriegen wir das hier nämlich alles noch weg. Es wird nämlich langsam düster. Und dann kommen wieder unsere Freunde hier raus. Dann hab ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Wir könnten ein paar Punkte gebrauchen, weil wir die jetzt alle verzimmert haben zum Verzaubern. Aber ich hab jetzt keine Lust, mich zu kloppen. Weil wir müssen ja hier mal ein bisschen was schaffen. Bei den Folgen davor haben wir halt, äh, immer abgebaut, 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 abgebaut in Höhlen. Und gestorben, 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 gestorben. Und jetzt müssen wir hier mal fertig machen, damit wir mal bauen können. Mal sterben, hab ich keine Lust zu. Und Höhle auch nicht. Also müssen wir hier ein bisschen... Alter, mach mal hin hier jetzt. So. Müssen wir hier mal ein bisschen bauen, ey. Jets allein, mach mal. So, 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 so. Okay. So, na, das sieht doch gut aus. Also bevor es dunkel wird, kriegen wir die Plattform hier vielleicht noch weg. Komm. Stiefeline, hau rein. So, so, so. So, so. So, in dem Haus wollten wir ja auch noch was machen. Aber erstmal machen wir jetzt hier draußen. So, schupp, schupp, schupp. Hier draußen, fertig. Ja, dann müssen wir auch noch... Ah, dann die Steine hier im Boden müssen wir auch noch weg machen. Weil wir machen ja da Erdfläche und keine Steinfläche. So, aber das kriegen wir auf jeden Fall weg hier. Das geht ja wie... Ne? Wie nix geht das. So, schwupp, 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 schwupp. So. Geil. So, haben wir das auch. Prima. Wow. Alter Schwede ist der schnell. So, cool. Alles einsammeln. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier noch wegbauen. Dann können wir die Kohle... Ah, gibt Erfahrungspunkte. Können wir die Kohle direkt mitnehmen. Gucken, wie weit wir hier kommen. So, das lassen wir stehen. Es wird immer schneller dunkel. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Dann gehen wir jetzt gleich ganz schnell ins Haus. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Weil hier tummelt sich immer das ganze Creeper-Volk. Genau, jetzt tun wir hier. Ja, genau. Und dann gehen wir direkt ins Haus. So, das kriegen wir hin. Aber das ist ja noch ein bisschen hell, da könnte man vielleicht noch ein bisschen weitermachen. Komm, wir sind mutig. Aber ist ja auch nicht mehr so viel. Müssen wir da nur noch mit Erde auffüllen. Oh. Oh. So, hapa, hapa für den Papa. So, fertig. So, mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Noch ist es ja nicht ganz dunkel. Deswegen können wir mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen was schaffen. Na, na, na. Man muss die Zeit da sinnvoll nutzen. Sonst wären wir ja nie fertig. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, jetzt hier ganz fertig zu kriegen. Weil es wird immer schneller dunkel. Und ich habe Angst im Dunkeln. So. 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 Wohl. Der kleine Stiebe hier ist ja, oder Stiebe-Line, ist ja ganz schön schnell, ne? Aber es sieht nicht gut aus. Nee. Nicht wirklich. Wir gehen mal besser. Es wird mir doch ein bisschen zu dunkel. Nee, da habe ich Angst. La, la, la. So, hier müssen wir uns auch noch ein bisschen was einfallen lassen. Aber das ist ja schon mal nicht schlecht. So, schwupp, rein. So. Das müssen wir mal gucken. Das könnten wir uns eigentlich mal eben. Warte mal, wir müssen. Äh, ja. Da brauchen wir drei Stück, glaube ich, waren das, ne? Drei. Drei Eisenblöcke. Da machen wir uns jetzt nämlich einen Amboss. Ja, einen Amboss. So. So. Und dann machen wir, das wird mal die kommen hier oben rein. Und dann machen wir das so und so und so und fertig. Ja, geile Kiste. So, zack. Dann können wir hochgehen. Und dann können wir nämlich unsere Sache reparieren. Da, da, da. Das stellen wir dann hier. Hier neben. Ping. Oh, geil. Ah, ja, scheiße. Wir bauen Diamanten. Okay, da müssen wir, das sieht cool aus mit dem Hammer da. Da müssen wir noch Diamanten holen. Wo haben wir die denn? Ne, da sind nur Steine. Aber die können wir erstmal hier abladen. Dann machen wir hier eine Steintruhe. So. Zumachen. So. Ach so. Diamanten sind hier oben. Hi. Wo sind sie? Da sind sie nicht. Da. Ja, neun Stück haben wir noch. Okay. Dann wollen wir mal gucken, dass wir unsere Spitzhacke ein bisschen reparieren. Okay, Erfahrungsgrößen. 2. Ja, okay. Wow, Glück gehabt, dass wir noch zwei Erfahrungspunkte hatten. Sonst hätten wir das. Alter Schwede. Okay, ziehen wir mal wieder Wäsch. Kiestum auch hier rein. So, die Erde nehmen wir mit. Und dann gehen wir jetzt noch runter auf unsere Moor rüber. Ja, wir sind nämlich Roger Rabbit. Gute Nacht. So, wir haben geschlafen. Wir sind topfit. Oh, da verbrennt was draußen. Ich höre es genau. Ah, da. Hey, Spacko. Du stehst in Flammen. Die Punkte. Oh, da ist ein Kripper. Kripper-Tripper. So, da müssen wir mal aufpassen, dass der uns... Wow. Und wow. Und bumm. Geil. So, den haben wir auch in die Luft gespickt. Wow, geil. Schön. Ist früher am Morgen. Die Sonne geht auf. Das ist richtig cool. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben noch ein bisschen hier weg zu machen. Und dann werden wir das mit Erde auffüllen. Dann haben wir die Plattform schon mal so halbwegs geschafft. Ja, das ist doch schon mal. So. So, dann haben wir das. Dann können wir das jetzt hier mit... Wow. Ganz viel Stein einsammeln erst mal. Können wir das jetzt hier mit Erde auffüllen, oder nicht? Wie haben wir denn? Acht Erdblöcke am Anruf. Ah, das reicht. Okay, wie haben wir noch? Ja, 3x64 sollte reichen. Können wir hier auch direkt weitermachen. So. So, jetzt müssen wir mal hier alles fertig. Dann kriegen wir hier eine... Oh, scheiße. Zu viel. Dann kriegen wir hier eine Riesenfläche. Nein, jetzt hör doch mal auf damit. So. Ich bezweifle nur, dass die ganzen Erdblöcke, die wir haben, reichen werden. Ich glaube, das wird ein bisschen eng. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Hey, du Spacko. Nimm mal weg da. So, wir brauchen schon wieder eine neue Erde. So, 1,64er Block haben wir schon weg. Boah, Stick. Alter Schwede. Okay. Okay. Aber das... Ja, wir können jetzt in Not noch ein bisschen Erde irgendwo abbauen. Zup, zup, zup. Okay, jetzt machen wir mal ein bisschen hier. Zup, 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 zup. Zup, und hüp. So, oh, die gehen weg wie warme Semmeln hier, die Erde. Oh, drei Stück noch. Wow. Oh, der war gut. Der war richtig gut. So, jetzt haben wir den... Oh, den letzten 64er Stack. Ich glaube, das könnte eng werden. Alter Schwede. Sonst hat man zu viel Erde, ne? Kennt ihr ja auch bestimmt. Und jetzt haben wir irgendwie definitiv zu wenig, weil wir haben nur noch fünf Blöcke. Ende. So, mehr haben wir nicht. Oh, scheiße. Wir brauchen Erde. Erdmangel. Wow. Dann gucken wir mal, ob wir oben noch was finden. Ich glaube nicht. Äh, nee. Äh, ja, ein 64er Stack und die 36 noch. Die ist leer. Die ist leer und da sind nur Steine. Hallo. Mein Block. Okay, das sind dann irgendwie... 100 Stück. Genau, 100. Okay. Gucken wir mal. Das kriegen wir bestimmt zu. Das sieht doch schon mal cool aus, oder nicht? Dann haben wir schon mal hier eine ganze Fläche. Wow. Geile Kiste. So. Ja, das ist doch cool. Das kriegen wir auf jeden Fall, glaube ich, dich damit. Ja, das... Ja, da ist die Maus schneller als alles andere. Da, 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 da... So, 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 so. Aber es geht mal zu. Wir kriegen das zu. oder klar weg mit dem 37 noch das klima prima so dann haben wir das war das sieht ja schon mal richtig gut aus wenn man da noch ein bisschen jetzt ja das kriegen wir schon hin das kriegen wir dann machen wir das hier noch ein bisschen weg so damit wir hier noch mehr platz haben und es besser aussieht auf jeden fall wir sind ja jetzt so weit gekommen alter schwede das immer richtig ein top erfolg würde ich mal so behaupten jetzt hier da machen wir da nämlich ja erstmal so weit dass wir das alles eben ehrlich haben und wenn wir das dann so weit haben fangen wir mit baum ich habe auch schon ein paar ideen und ich habe auch vor dass wir eine eisenbahn zum eingeborenen dorf rüber flitzen lassen dann können wir nämlich immer da unsere sachen dann können wir da anbauen und holen uns die sachen einfach ab so so okay hier können wir dann ein bisschen abbauen